Hallöchen liebe Freunde, willkommen zurück hier zu Die Siedler, das Erbe der Könige und wir werden hier sowas von zerpflügt gerade. Das glaubt ihr nicht, wie die uns hier... Boah, das klingt so Hölle machen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier ein bisschen mehr Stein zusammen kriegen und... Hier uns jetzt langsam forttasten mit Kanonentürmchen. Dass wir hier eine Schutzbarriere aufgebaut bekommen. Die Befürchtung ist aber leider, dass uns bis dahin der Stein ausgehend wird. Wir brauchen den Ballistaturm. Der Ballistaturm ist ausgebaut. Vielleicht hilft es jetzt, wenn wir hier ein bisschen mit Kanonentürmchen arbeiten. Und uns langsam an die Kanonentürme hervorarbeiten. Jetzt ist nur der Stein mit uns ausgegangen. Das ist jetzt das Problem. Jetzt kommt es auch noch mit einer Kanone. Das ist super. Jetzt meinen sie es mal wieder richtig gut mit uns hier. Ihr werdet angegriffen. Lass mich eure Runden sehen. Vorsicht, Kameraden! So, die zerflügen nochmal ein paar. Nicht zu weit vorgehen. Bleibt hier hinten. Für Ruhm und Ehre! So, uns doch nur die... Jungs hier nicht ausgehen. Kein Problem! Machen wir mal ein Türmchen. Wir müssen versuchen, die hier anlocken. Es ist Zeit, Herr. Ja, mein Herr. Dass die Kanonentürme uns nämlich helfen. Jawohl. So. Euer Storch wird angegriffen. Macht sie nieder! Ja, ja, sollen sie ruhig hier auf die Kanonentürme gehen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wir haben hier noch leibeigene Dienste. So, fahrt. Das wieder aufbauen. So meinte ich das nämlich. So müssen wir vorgehen, Leute. Letzten Part war hier ein bisschen Chaos. Aber wir haben es... ...jetzt soweit mal endlich geschafft hier. Ja, doch, doch. Ja. Na, kräft ihr mal bitte in den Aufbau. Dafür sind wir genau die Richtigen. Oh je. Euer Wunsch ist mir befehlt. Sprechen ein paar durch. Sprechen euch, ihr werdet angegriffen. Lasst ruhig die Kanone auch näher kommen. Jawohl. Ich tue mein Bestes. So, das tut jetzt denen nämlich weh und wir sparen Rohstoffe, die für uns wichtig sind. Wie ihr befehlt. Jetzt können wir auch mal kurz hier die wiederbeleben gehen. Das brauchen wir nämlich auch. Jawohl. Das ist natürlich wichtig, aber ja, es klappt nicht. Wie ihr befehlt. Gut. Ich hab getan, was ihr wolltet. Sehr schön. Ah, wir haben sie auch wieder. Gut. Okay, das ist jetzt wieder positiv für mich. Da wir wieder unsere Truppen haben. Wie wäre es, wenn ihr meine Steuergelder mal dazu einsetzt, ein paar Bauernbüfe zu erledigen? Das ist hier oben. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja, wir machen hier oben noch einen Bauernhof für die. Aber gern. Ja, sonst arbeiten die nicht effizient. So, aber hier braucht ich auch keine Pause noch machen. Wir brauchen nicht. Dann wieder Türmchen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. So, drei Kanonentürme haben wir. Die hier könnten wir eigentlich mal zum Komplettieren schicken. Oh, jetzt greifen sie gerade wieder an. Ist egal. Die schicken wir jetzt trotzdem rüber. Wo sind die hier? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. So. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ah, die wollen uns weglocken. Wie ihr wollt. Aber nicht mit uns. Ja. Wie ihr wünscht. Angreifen. Wo drüben werden wir denn angreifen? Ah, patrouillieren lassen wir. Jawohl. Ja, mir. Ah, sie schießen mit Kanonen. Wir müssen noch ein bisschen weiter zurück. Dann kann man die Leite eigenen mit. Ah, natürlich. Einer eurer Arbeiter steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Jetzt. Okay. Und ran. Wenn's denn sein muss. Kanonenturm reparieren. Es kommen wieder ein paar Freunde zum Helfen. So, die Geschwindigkeit der Schwertkämpfe etwas erhöhen. Oh, es fehlt Eisen. Okay, dann müssen wir warten, bis wir ein bisschen mehr Eisen haben. Alles klar. Ey. Mach mal die Kanone hier kaputt. In Ordnung. Darum. Erik. So soll es sein. So soll es sein. Euer Wunsch ist mir ein Befehl. Gut, das haben alle überlebt. Perfekt. So will ich das haben. Jetzt können wir nämlich wieder Rohstoffe sammeln. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Echt? Ja, dass sie ein bisschen schneller sich bewegen, ne? Es ist zu wenig Eisen. Ich komme im Eisen nicht klar. So, jetzt können wir auch mal gucken, dass wir hier vielleicht ein paar Bogenschützen bekommen. Einer eurer Helden wird an. Das gibt es ja nicht. Ich komme hier schon wieder hierher. Ja, mein Herr. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wir kümmern uns darum. Immer alle schön hierherziehen. Weil das mögen sie nicht. Seht ihr? Die versuchen immer, uns wegzulocken. So, machen wir das jetzt nämlich. Ihr bleibt hier. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Fertig, Meister. Holz. Nein, Stein. Stein ist wichtiger. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ja, lass sie herkommen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Oh, da ist noch ein Kanon-Tumbo ein bisschen. Dazu haben wir gar keinen Riss. Sehr gut. Wie gesagt, das wollte ich hier eigentlich... Ihr werdet angegriffen. Pfeil und Bogen brauchen wir nämlich noch hier ein bisschen. Können wir noch nicht. Machen wir halt eine Kanonengießerei. Nee, halt, wir haben eh zu wenig Eisen. Moment. Dann müssen wir das halt noch gucken, dass wir das machen dürfen. Stehendes her. So. So, die Leib eignen hier. Dankeschön. Ihr dürft hier gerne noch ein bisschen was wegholzen. Und wir haben wieder ein bisschen mehr Stein übrig. Also können wir wieder ein Türmchen mehr dann machen. Obwohl, eigentlich jetzt lassen wir es mal so. Wisst ihr das? Dafür brauchen wir noch Zitadelle. Das ist unser Haupthaus. Die machen wir jetzt zu einer Zitadelle. Da können wir auch die letzte Stufe nämlich mal machen. Für unsere Schwertkämpfer. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Rastlich ausbauen. Ah, sie greift wieder an. Sie kommen wieder. Feinde haben einen Held. Heilige Scheiße. Ich muss ja nur aufpassen, dass wir die richtig ausselektieren. Und wieder zurückschicken, wenn sie zu viel Schaden genommen haben. Wie erledigt das? Und dass wir die dann nämlich wieder zurückschicken. So, wie weit rennten ihr? Jetzt langt es aber. Ich muss nur mal testen, wie weit die hinterher rennen. Ah, okay, gut. Ey! Also doch weiter, wie ich wohl will. Was macht der Alchemist hier? Ist der bescheuert? Nicht, dass da drauf geht, der Depp. So, meine Jungs sind wieder da. So, meine Jungs sind wieder da. Ich, die ich in der Armee aufgebaut habe. Ihr werdet angegriffen. Zitadelle jetzt nicht. Dann seid ihr sowas von fällig, ey. Euch fehlt Eisen. Ah, 500 Eisen. Holy crap. Dafür können wir Kettenhemder machen. Dann werden sie wieder etwas widerstandsfähiger. Ja, wir werden stärker. So, wieder einer voll. Ich tue mein Bestes. Gut. So, ihr habt keine Arbeit, sehe ich gerade, ne? Steine kloppen. Und du hast auch keine Arbeit. Du darfst mir jetzt hier mal einen Schießplatz machen. Den machst du mir da hin. Ja. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Weil ich nämlich... Machen wir mal den Flaschenzug. Wir können mal noch ein bisschen nebenher noch ein paar Sachen erforschen. Hier oben ist ein Leibeigner ganz alleine. Also, der ist hier... Den müssen wir hier besiegen. Kann man die eigentlich sozusagen aushungern? Ich tue mein Bestes. Ich glaube, ich baue hier oben... ...den Eisenschacht aus. Gut, lasst mal das mit dem Stein. Geht mal hier oben freimachen. Ich glaube, ich werde hier freimachen und den Eisen abbauen. Dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Aber behält euch, bevor ihr abgeknallt werdet. Guck mal, der will uns anlocken, der Drecksack. Okay, der ist gar nicht drin. Der will das hier... ...wirklich hier herkommen einfach, ne? Der Drecksack. Okay, komm. Auf in den Kampf! Ja, hallo! Ihr sollt hier angreifen. Ja, jetzt klemmt sie mich fest. Gut. Und wieder zurück. Haben wir einen verloren. Echt? So, liebe Freunde, ich muss leider aufhören, mein Telefon klingelt. Ich erwarte nämlich noch einen Anruf. Und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Part. Ciao! Doch! Vielen Dank.